Hey Leute! Und damit ein herzliches Willkommen zum neuen Format, sag ich mal. Ihr seht schon, es ist Sonntag. Es ist 13 Uhr hoffentlich kriege ich das Video raus. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich vor, jeden Sonntag so einen kleinen Wochenrückblick zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das von Art nenne. Mal gucken. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Vorschläge, wie ich das nennen kann. Ninos Neuigkeiten. Oder sowas. Oder die Nino News. Was weiß ich, was ihr so da für kreative Einfälle habt in eurem Kopf. Auf jeden Fall werde ich so ein bisschen erzählen, was ich von Montag bis Sonntag gemacht habe. Oder ne, von Sonntag bis Samstag würde ich sagen. Weil dann, ne, ihr versteht glaube ich, was ich meine. Dann übergreift sich das nicht. Dann erwähne ich auch den Sonntag mit. Also, diese Woche kamen fast keine Videos. Natürlich jetzt das hier. Aber eigentlich kam gar keins. Warum sage ich fast keins? Es kam gar keins. Und ja, trotzdem sind wir jetzt auf einmal 83 Abonnenten. Sehr nice. Gefällt mir. Bei den 100 kann ich dann endlich das Abo-Special drehen. Bis dann brauche ich erstmal ein neues Handy. Sonst kann ich euch, also sonst seht ihr mich hier in 260p auf meinem Handy. Ah, naja. Ähm, es ist gerade früh am Morgen. Wir haben halb 10 und... Bäh, Google, halt die Schnauze. Ähm, ja, wir haben es halb 10. Ähm, ja, warum ist diese Woche nichts gekommen? Ich weiß es nicht. Es war eigentlich nicht viel los. Ich hätte locker was geschafft. Aber es ist halt so, irgendwie ist mein Overlay für Pokémon verschwunden. Und das hat mich so ein bisschen demotiviert. Ich muss das Ganze jetzt nochmal machen. Es wird dann wahrscheinlich etwas anders aussehen. Aber mein Gott. Okay. Kriegt man irgendwie hin. Kriegt man verkraftet, muss ich halt jetzt ein bisschen mich da hinsetzen. Ähm, des Weiteren sitze ich momentan am 80 Abonnenten-Special. Ist ziemlich aufwendig. Ich glaube, das 100 Special wird nicht so aufwendig wie das 80 Abonnenten-Special. Weil, ja, da muss ich schon echt viele Audiospuren und Videospuren und noch Bilder einfügen und noch gucken, dass alles passt, dass die Lautstärke passt. Muss ich mir jetzt mal ein Tutorial reinziehen, wie ich da irgendwie die Audio von etwas verbessere. Und ja, während dieser News übrigens seht ihr hier im Hintergrund, habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen, Mario Kart Gameplay von mir, das ich einfach aufgenommen habe, damit ihr hier nicht einen schwarzen Bildschirm seht. So wie ich gerade. Und ja, ich habe vor, das zu ändern. Ich habe vor, mir einen festen Upload-Plan zuzulegen. Das kommt alles im 80 Abonnenten-Special, was auch nächste Woche kommt. Ähm, ja, mal gucken. Pokémon wird vielleicht etwas kürzer treten. Aber bis Juni muss das Ding halt fertig sein. Weil da kommen die DLCs natürlich. Ja. Des Weiteren kommt bald, ähm, wie heißt das, Animal Crossing raus. Und ich bin nicht der richtige Animal Crossing Fan, also das werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Aber ich hoffe, dass jetzt endlich mal hier neuer Stuff von Nintendo kommt. Da muss jetzt mal die Bombe gedroppt werden, ne? Da muss jetzt hier ein Super Mario Galaxy 3, ein Super Mario Odyssey 2 kommen. ETC, worüber ich schon in einem Galaxy-Part geredet habe. Klickt oben aufs i. Mmm, moigaz. Ja, auf jeden Fall, ähm, bin ich viel am Mario Kart zocken. Privat. Und da dachte ich mir, gut, nehme ich einfach schon ein bisschen Gameplay auf. Das ist dann, ja, in den, hier in den Ninos-Neuigkeiten. Ich nenne das so. Ich nenne das einfach Ninos-Neuigkeiten und gut ist. Ähm, und ja, das ist jetzt Part 1. Ähm, jeden Sonntag wird das kommen. Habe ich schon gesagt. Und, jo. Ich denke mal, da kann was ganz cooles draus werden. Es werden nicht so lange Videos sein. Jetzt noch. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal größer werde, dann längere Videos. Aber, ja. So wird das Ganze dann aussehen. Ähm, Super Mario Galaxy geht bald zu Ende. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt 117 Sterne oder so. Oder 114. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es dann bald zu Ende. Also nutzt die Zeit noch mal, um Themen reinzuschreiben. Mhm. Damit ich noch über euer Thema reden kann. In Super Mario Galaxy Parts. Und, jo. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass so wenig Pokémon kam. Und das, ja. Dass, ähm, ich da ein bisschen gefällt habe. Und dass diese Woche nichts kam so richtig. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, das ändere ich. Und, ja. Viel Spaß. Diese Woche kommt das 80-Abonnenten-Special. Und wieder folgen. Also, seid auf jeden Fall gespannt. Und dann danke fürs Zuhören. Euer Nino. Bye. 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 Bye.